hallo mein lieber schütze und auch hallo an alle anderen die eingeschaltet haben liebe schütze herzlich willkommen auf meinem kanal wika stern ich hoffe euch geht es allen gut wir machen heute eine speziallegung und zwar geht es um das thema wo bist du in zwei jahren und zwar schauen wir uns nicht an was in den nächsten zwei jahren kommt wir schauen uns an was musst du wissen damit du in zwei jahren dort stehst wo du stehen möchtest das heißt auch lieber schütze jetzt gilt es ganz gut zu überlegen wie stellst du dir dein leben vor in zwei jahren herbst 2026 wie soll dein leben ausschauen wo wohnst du ist es immer noch die gleiche wohnung ist es immer noch der gleiche ort was arbeitest du ist es immer noch der gleiche arbeitgeber die gleiche tätigkeit oder bist du vielleicht selbstständig machst dein eigenes ding auch die liebe bist du verheiratet hast du kinder bis in einer partnerschaft oder vielleicht getrennt wo möchtest du in zwei jahren stehen überlege dir das ganz ganz fest weil hier schauen wir uns an was solltest du wissen damit dein wunsch in erfüllung geht das machen wir jetzt bei dieser legung wir schauen uns an damit ihr klar ist ob du auf diesem weg bist oder ob du vielleicht kleine abzweigungen nehmen darfst lieber schütze denkt auch daran dass zeit grundsätzlich fliessen dieses heiss gewisse ereignisse oder ziele können auch früher kommen du kannst auch jede energie transformieren weil du entscheidest was du aus den energien machst ganz wichtig liebe schütze das ist eine allgemeine legung sei es nicht jede botschaft wird für dich sein nimm nur das an was zu dir gehört wie immer findest du alle infos persönlichen legungen unten in der infobox und falls du dich für karmanumerologie schicksals matrix und astrologie interessiert darfst du mir gerne auf instagram folgen dort mache ich vor allem beiträge zu diesen themen wie auch regelmässig kostenlose impuls analysen in der story wie letzte woche hatte ich eine aktion zum thema lebensaufgabe wo ich vier personen mir rausgepickt habe und ihnen einen impuls zu ihrer lebensaufgabe geteilt habe falls eben nichts verpassen möchtest darfst du gerne mir auch auf insta folgen würde mich sehr darüber freuen ja lieber schütze dann würde ich sagen starten wir doch dein herbst 20 26 und 20 fokussiere dich lieber schütze wo möchtest du stehen erlaube dir groß zu denken erlaube dir ein ziel vor augen hat zu haben ein wunsch ziele dürfen sich natürlich jederzeit ändern aber hast du ein ziel weil ich sehe das oft dass viele sich gar nicht mehr getrauen wünsche zu haben wo möchtest du in zwei jahren stehen lieber schütze 20 26 und 20 was darfst du dir zu herzen nehmen dass deine wünsche in erfüllung gehen damit du genau dort stehst wo du stehen möchtest herzensheim mitgefühl lieber schütze für alle die vorhaben in ein eigenheim zu investieren oder ihr eigenheim zu finden oder zu kreieren sei das durch möbel oder umzug was auch immer durch erwerb sehr gute energie also große chance dass dies kommt wenn du weiterhin diesem ziel treu bleibst was ich auch wahrnehme ist die herzens energie liegt also hier große chance für große liebe sich daheim wohlfühlen ankommen im leben sich angekommen fühlen und die karte möchte ich daran erinnern dass du auch mitgefühl zeigen darfst emotionen zeigen darfst und was du fühlst fühl in dich hinein also fühle deine emotionen muss die nicht ausschalten ganz ganz wichtig wir nehmen noch eine weitere karte lieber schütze was darfst du dir zu herzen nehmen dass deine wünsche in erfüllung gehen dass du dort stehst wo du stehen möchtest fünfter emotionen lieber schütze vergebung ist ein wichtiger aspekt von heilung vergib dir selbst und den menschen um dich herum für jegliche fehler der vergangenheit damit jeder den nächsten schritt tun kann trauern ist ein normaler teil des lebens bitte deine engel oder personen die du liebst dir zu helfen so schnell wie möglich diesen prozess zu durchlaufen damit du auf dem weg der freude zurückfinden kannst ich ihm auch war es beim halschakra eine leichte blockade ist einige viel herunter schlucken alten groll alte ereignisse die passiert sind wut ich ihm war dass jemand ganz viel wut herunter schluckt und sich vielleicht einreden es ist okay aber es ist nicht okay sprich deine wahrheit lieber schütze sprich deine wahrheit hier ist auch ganz wichtig nicht die vergangenheit einfach runter schlucken sondern sie freigeben hinaus tragen loslassen egal was passiert ist es heißt nicht dass was passiert ist dass es okay ist wenn du es frei gibt es heißt dass sie kein einfluss mehr hat auf dein leben dass du dich nicht mehr beeinflussen lassen möchtest von diesen ereignissen das heißt das weil ich sehe das oft dass viele nicht getrauen das loszulassen weil sie das gefühl haben dann ist es wie okay dass das passiert ist ist es nicht es ist für dich total tust das wirklich für dich freigeben dass diese energie keine macht mehr über dich hat das ist das dass sie einfach gehen darf was war das war was jetzt ist ist jetzt und das darfst du dir wirklich zu herzen nehmen weil sonst könnte eine art blockade kommen eine art hemmung dass du vielleicht einen weg nicht frei gehen kannst schauen wir mal weiter lieber schütze ich habe jetzt auch ganz stark stier energie stier steht ja auch für das thema zu hause als daheim für materielles und auch für das sicherheitsgefühl du bist sicher also wirklich erschaffe dir deine innere basis wir haben die mäßigkeit die mäßigkeit die herrscherinnen entschuldige die herrscher ihnen ebenfalls stier energie skorpion hatte dies auch und ich habe das auch die ganze zeit mit der mäßigkeit kopf was heißt das jetzt was darfst du dir wirklich bewusst werden damit du deine ziele erreicht eine hauptenergie der für dein bewusstsein ist die herrscherin werde zu einer herrscher herrscherin liebevolle herrscher egal welches geschlecht du hast es geht um die energie die kreative intuitive energie eintauchen wurzeln entstehen lassen es geht darum dass dinge zeit brauchen du kannst nicht von heute auf morgen erfolgreich werden es braucht zeit damit die diese blüten oder diese früchte kommen können weil du möchtest dass sie ja bleiben nicht dass es eine eintagsfliege ist das gleiche auch bei beziehungen die herrscherin schaut auch zu sich selbst und nährt sich selbst das nämlich ganz stark wahr nähre dich selbst du musst dich nicht aufopfern weil die herrscherin im schatten gelebt opfert sich auf die lebt die das leben für andere aber nicht für sich hier ganz wichtig überlege regelmässig gehe ich meinen weg nähre ich meinen geist meinen körper meine seele mit den schönen dingen des lebens oder bin ich immer nur für andere da renne ich immer nur für andere nach a und b und c und d und und so weiter du weisst was ich meine weil hier möchte was wundervolles entstehen falls du das thema vaterschaft und mutterschaft hast sehe ich hier wirklich wenn du in deine energie kommt sehr gute energie dafür die herrscherin wie dieses liebevolle aber sie schaut zu sich sie weiss ganz genau dass ihr leben auch wichtig ist und das darfst du dir auch zu herzen nehmen schauen wir mal was ist denn das hindernis was blockiert deine ziele was blockiert dass du dort im jahr 20 26 stehst du stehen möchtest ja genau dass ich jetzt gesagt habe lieber schütze die last von anderen tragen hör auf damit hör auf damit die last der anderen zu tragen auch bei der arbeit du musst niemandem was beweisen wenn ich die arbeit nicht erdrückt wenn sie dir nicht gut tut du musst nicht dinge an dich reißen oder die nicht zu dir gehören also auch versucht bei der arbeit auch grenzen zu setzen es kann sein dass eine ungesunde dynamik geht gibt oder entsteht dass deine arbeitskollegen vielleicht ihre aufgaben auf dich abwälzen weil du es vielleicht besser kannst aber es kann nicht sein wenn das nicht deine aufgabe ist hier wirklich ein bisschen acht geben nicht die last von anderen tragen du darfst unterstützen du darfst helfen aber die last nicht zu deinen machen und das könnte hier passieren also das könnte alles blockieren deinen ganzen weg deine ziele wenn du ein ziel hast und du das verfolgst getraue dich auch um hilfe zu bitten und unterstützung du musst nicht alles alleine macht lieber schütze du musst wirklich nicht alles alleine machen nehmen wir noch ein hindernis karte ja gibt auch acht wo du deine energie investiert gibt acht in was du deine energie investiert in was für diskussionen du dich einlässt manchmal muss man einfach entscheidungen treffen also hier wirklich schauen dass du nicht lange um den heißen brei redest sondern dass du auch entscheidungen triffst vor allem beim thema arbeiten habe ich das gefühl wenn es immer sich wie ein kampf anfühlt dann halt dort nicht fest dann lass los auch beziehungen also hier wirklich ein bisschen acht geben über was man sich streitet und diskutiert man kann auch energie in sinnlose dinge investieren hier einfach so ein bisschen bewusster deine grenzen setzen und bewusster auch deine energie investieren das ist sehr wichtig damit eben dass hier entstehen kann dieses schöne dieses wachstum weil die herrschen steht für wachstum hier möchte was wachsen was ist denn der rat lieber schütze der rat damit deine ziele 20 26 in erfüllung gehen ein rat schütze ja sei mutig sei mutig getraut dich auch auf die bühne zu stellen getraut dich deine bedürfnisse in den vordergrund mal zu stellen du musst nicht immer dich selbst zurückstellen damit sich andere gut fühlen bekomme auch ganz stark rein dass jemand so tut als wäre weniger gut oder weniger klug damit sich jemand besser fühlt hör auf damit hör auf damit du darfst zeigen dass du klug bist du darfst zeigen dass du wissen hast du darfst deine bedürfnisse offenbaren steckt die nicht zurück sei so ein bisschen ein liebevoller krieger liebevoll aber fair getraut dich dich zu zeigen in der liebe und auch im beruf vor allem auch im beruf wenn du erfolgreich sein möchtest raten dir die karte ein höheres ziel zu haben und dich getrauen eben zu zeigen in der liebe geht es eben um das thema vertrauen vertrauen haben sich auch mal nach vorne zu oder die bedürfnisse zu offenbaren sich vielleicht auch mal in den mittelpunkt stellen vor allem wenn du ein schütze bist oder deinen partner oder menschen sehr stark umsorgt dass dich auch mal getraut die rolle zu tauschen dass du auch umsorgt werden darfst was liegt im schatten liebe schütze was hast du überhaupt nicht auf dem schirm oder wollen wir noch einen rat wir nehmen noch einen rat bekomme ich rein was ist was haben wir sonst noch als rat lieber schütze ja hier nochmals geh nach vorne geh ins tun aber ein bisschen mit einem plan du musst nicht alles von a bis z planen aber geh nach vorne aber nicht überstürzt handeln habe ich das gefühl aber schon nach vorne streben strebt nach vorne auch in der liebe auch im beruf strebt nach vorne ich habe das gefühl jemand brauchten schubs dass sich getraut ganz stark war jemand brauchten schubs also hier wird getraut dich nach vorne zu streben und hol dir informationen hol dir unterstützung wenn du in einem themenbereich ein riesen fragezeichen hast oder unsicher bist hol dir unterstützung du musst nicht alles alleine tragen wenn du das thema geld hast hol dir unterstützung beim thema geld oder mach einen kurs bezüglich geld mindset oder wie man investieren kann oder weiss was oder wenn du mühe hast mit keine ahnung mit einem anderen thema dann geht das an hol dir unterstützung hol dir die sicherheit dass du eine basis hast auch wenn du in einer beziehung bist und es vielleicht nicht so gut läuft holt euch unterstützung beschäftigt euch damit holt eine dritte person dazu die euch vielleicht den spiegel hinhält was liegt im schatten was siehst du überhaupt nicht liebe schütze was hast du null auf dem schirm was kommt was du überhaupt nicht siehst was du unterschätzt oder die gar nicht bewusst ist was könnte hier kommen was die gar nicht bewusst ist zweifel nehmen wir noch eine ja ich sehe dass dich plötzlich der zweifel oder die angst packt über etwas wo du dir vielleicht im ersten moment extrem sicher warst es kann sein dass du ein ziel hast und du das angehst und danke kommst du dem ziel sehr neu und dann kickt die angst es kann auch sein dass du das gefühl hast du hast jetzt einen traum partner kennengelernt und ihr lernt euch näher und näher und näher kennen und dann kickt die angst oder auch im beruf dass du dort nach vorne strebt und plötzlich kommt die angst die kommt unerwartet kommt der zweifel und diese flucht energie die flucht ergreifen hindernisse suchen ja aber ich kann dich beruhigen lieber schütze das ist nur die angst das ist nicht echt wenn du das plötzlich hast frage dich ganz ehrlich was ist das schlimmste was passieren könnte das schlimmste und danach was ist das beste was passieren könnte was ist das beste was passieren könnte und wahrscheinlich wird das beste viel grösser sein als das schlimmste und ich sehe hier vor allem dass du unterscheiden darfst was ist intuition was ist einfach die angst viele denken ich habe ein komisches gefühl dass meine intuition die warnt mich aber dabei ist die angst die angst eine komfortzone zu verlassen du kannst dich auch fragen habe ich angst weil ich eine komfortzone verlasse wenn die antwort ja ist dann ist die angst meistens unbegründet ja mein lieber schütze das waren die karten lasst gerne ein abo da und ein daumen nach oben würde mich sehr freuen ich wünsche euch alles liebe und alles gute und bis zum nächsten mal ciao